Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon Tekken-Part, wir müssen ihn jetzt instant auswählen. Ähm, wir spielen heute wieder zusammen mit Present. Hallo Leute, nach langer Zeit mal wieder Pokémon Tekken. Ähnlich wieder, genau. Wir machen heute wieder alles random, ne? Aber machen wir wenigstens die Motivationsfähigkeit? Nee, alles x. Ich hab alles random gemacht, ja. Ja, aber ich bin ja nicht so doof wie du. Was? Alter Mewtwo. Oh nee, ich hasse Mewtwo. Das Workshop hat mir aber safe schonmal. Ja, kann unmöglich sein. Holst du dir DLCs present? Leute, holt ihr euch DLCs? Schreibt's in die Kommentare. Also ich weiß, dass du dir die holen wirst. Ich werd's mir auf jeden Fall, ja. Ich weiß nicht, ob ich 15€ dafür ausgeben möchte. Ich möchte halt auch so mehr Pokémon Tekken. Ja, ich möchte's halt auch, aber ich komm nicht dazu, das ist die Sache. So. Das Spiel ist super und ich würd echt gerne besser darin werden, aber man kommt halt nicht dazu. Das schaffst du nur mit Duren-Gammer. Ich sag's dir, DLC-Charaktere wären safe broken. Nee, das glaub ich nicht. Doch. Doch, ich weiß es jetzt schon. Ich bin Nintendo-Bahner, ich hab alles. Nintendo-Partner, erste Stunde, Mann. Ja, ja. Ich hab gar keinen Plan, was Mewtwo kommt. Ich auch nicht. Also ich hab keine Ahnung, was Geweiterung kann. Ich weiß nur, dass ich mich grad irgendwie konzentrieren muss, aber ich weiß nicht, was ich tun soll, Mann. Ich weiß gar nicht, was ich hier drücke. Ich weiß auch nicht. Alter macht das viel Damage. Alter, nice. Das war cool. Wieso Konter-Mewtwo nicht so richtig? Ich hab keine Ahnung. Ich glaub, das war so ein Anti-Counter-Move, den ich eingesetzt hab. Alles predicted. Ja, aber... Hä? Ich bin richtig verwirrt. Ich bin mehr verwirrt als du, hab ich das Gefühl. Und trotzdem hab ich gewonnen. Okay. Das war kein guter Start. Meinst du? Ja, ne. Ich glaub, das war nicht so... Oh, der Lapras. Der ist lustig. Der ist lustig. Ach, bitte. Auf mit diesen, äh... Keine Ahnung, was für Attacken sind. Ah, das ist so eklig, dieser Stahl. Das war irgendwie Damage. Der zieht halt Limit, weißt du? Ja, ich weiß, ich weiß. Moment, ich hab ja auch ein Limit, ne? Vielleicht soll ich den mal verwenden. Ich hab ja auch ein Limit. Kannst du vergessen. Ja, vielleicht soll ich das mal benutzen. Ach, Mann. Das ist doch blöd. Nein, ich hab... Das war ein Put-Lag 100 Pro. Ich hab schon vorher das eingesetzt gehabt. Ja, 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 komm. Das kannst du mir jetzt hier nicht erzählen, Mann. Alter, da hat er mich gecountert, Mann. Das ist gar nicht mal so cool, um ehrlich zu sein. Eieieiei. Okay. Ich hab ein Limit voll. Holy shit, Mewtwo-Limit ist ein Übelkreis, ne? Ja! Och, Mann. Let's go. Ich hasse Mewtwo. Von wann hast du ihn vollbekommen? Normalerweise schafft man das fast nie. Ja, ja. Machst du nix an. Das ist halt super sad. Alter, sehr pivoll. Der ist sweet. Fast so sweet wie dein Limit, der wahrscheinlich jetzt kommt. Och, nee! Das Problem ist... Ich weiß gar nicht mehr... Ach, ja. Dass ich dich voll erwischt habe. Ja, ja, ja. Oh! Das ist ne nice Animation. Das ist richtig sad. Das wird halt übel viel Damage machen. Jaaaa... Oh! Alter! Das tut so weh. Ich leine mit Gewaltroh. Holy shit. Ah, Psiana, yo. Der macht halt einfach grad gar nichts. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen, Mann. Das ist super sad. Das ist grad super sad alles. Holy shit! Habe dich richtig weggebrezelt, Mann. Das war alles wegen diesem Limit-Move, Mann. Alter, war das viel Damage. Also, Mutual für sich ist schon echt cooler Charakter, muss man sagen. Ja, das ist ja auch anscheinend der stärkste Charakter. Zumindest ist das, glaube ich, auch mal der... Wenn du ihn spielen kannst. Safe. Ja, das meine ich ja damit. Das ist ja auch mal der Charakter, der immer ganz oben ist. In den Ranglisten. Ja. Ich glaube, also echt, wenn du ihn spielen kannst, dann... Dann ist RIP. Dann ist RIP. Ja, ja, sowieso. Okay, wieder alles random. Ja, alles zufällig. Alright. Ey, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr Pokémon Tekken sehen wollt. Alter, ich hab grad gesehen, was ich random bekommen hab als Dings. Ich hab nichts gesehen. Na, okay. Oh, Schatten-Youtube. Ach, Mann. Das war okay, okay, okay. Schatten-Youtube ist, glaube ich, gar nicht so krass. Früher war Schatten-Youtube in Pokémon Tekken verbuggt und du konntest gar nicht verlieren. Naja, richtig. Irgendwie. Weil du so einen Move machen konntest, der dich trappen konnte. Und du konntest daraus nicht mehr rauskommen. Und den haben alle gespammt und dann... Das ist richtig dumm. Da hab ich dann auch aufgehört zu laddern. Ja, das war ja bei vielen so. Ja. Also ich hatte ja damals Pokémon Tekken nicht, sondern erst seit Pokémon Tekken DX. Okay, nee. Ich hab doch andere bekommen. Es sah nur so aus. Okay. Ja, komm wie in deinen Pokémon aus, Mann. Ja, jetzt. Beruhigen sie dich mal, Junge, Mann. Nee, nee. Will schon, äh, hier jetzt loslegen, Mann. Okay. Interessant, interessant. Ja, das gefällt mir grad überhaupt nicht. Nee. Alter, wir einfach mit allen Elementen hier um sich schlägen, Alter. Ja, das ist hier nicht richtig cool. Ja, das ist echt cool. Nein, da hat er... Ach, Ripp. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Was? Als ob du schon ein Limit voll hast. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Okay. Das ist gar nicht mal so cool, um ehrlich zu sein. Okay, okay, okay. Vor allem ist das super sad mit deinem Limit, aber okay. Ach, fuck. Als ob das trotzdem killt. Ich hab grad Morgengrauen eingesetzt. Denkst du, jawoll, wieder hochhalten. Jawoll. Und dann bringt's einfach gar nix. Also in Ordnung. So was benutze ich überhaupt. Ich benutze... Na komm, benutzen wir den hier. Okay, passt aber. Na, okay. Aber mein Limit ist bald voll, was ganz cool ist. Das ist auf jeden Fall schon mal etwas Schönes. Echt? Ich find's cool, dass er halt diese ganzen Elemente hat. Das stimmt, ja. Das sieht auch echt schön aus. Ich seh schön aus. Ach, Mann, bitte. Als ob du wieder dein Limit voll hast. Sag mal los. Jetzt weißt du, wie man sich gegen Sibuna fühlt. Ja, ich weiß. Ach, Mann, please. Okay, nice. Das war ein guter Grab. Das war's. Oh, ich hasse den Grab. Oh, das ist seltsam, Mann. Oh, jetzt komm, Megasat X. Als ob. Als ob du das gecountert hast. Das war ein schöner Limitschlag. Aber ist okay. Oh, okay, ich bin tot. Ich bin tot. Nee, nicht ganz. Aber? Aber? Ah, jetzt. Okay. Okay, letztes Winter scheidet alles, Mann. Tut's wirklich? Ja, ich weiß. Aber Shadden Mewtwo ist cool, aber ich weiß nicht. Ich hab mit meinem Limitschlag nicht so nice gespielt. Naja, den hast du echt ein bisschen verschwendet. Aber. Zweimal. Ich hab ja gedacht, du machst vielleicht irgendwie einen Fehler oder so. Und ich erwischte, ich weiß nicht. Also, ich kann's auch nicht Fehler machen. Ich bin auch ne beste Funk von Tekken-Spielern überhaupt. Ja. Alles klar. Gut. Da haben wir das ja erklärt. Ja, haben wir. Warte, wenn ich jetzt Garchant bekommen würde, ist das ja sick. Nee. Wenn ich Simuna bekomme, das wäre sick. Aber ich würde auch sagen, Simuna gegen Knackhack. Das ist okay. Wenn wir das haben. Das wird nicht passieren. Ja, aber dann wäre halt... Hey, schon. Out to win. Läuft. Oh, nee. Ich hasse Silvago. Kann ich ganz gut. Ja, ich weiß. Ich hasse Silvago, richtig. Aber wir haben... Man muss doch trotzdem sagen, wir haben beide jetzt echt lange nicht mehr gespielt. Also, bei mir ist locker schon zwei, drei Wochen her. Bei mir ist schon eineinhalb Monate oder so her. Ja, schon vier Jahre, oder? Ja, vier Jahre. Ja, natürlich. Seit Pokémon Tekken für die Wii U. Da hab ich nicht mehr gespielt. Ja, ja. Ja, da gab's Silvago. Achso. Ich hab grad an Silvago gedacht. Ich hab nichts gesagt. Ist echt cool. Siehst halt gut aus, Preston. Danke. Wie immer. Ach nee, ich hasse Silvago, man. Ich hasse diese Kombi. Die ist so dumm. Als... Ey, das ist so dumm. Das ist richtig, richtig dumm. Das ist einfach nur sad. Das ist einfach nur sad. Ein richtig dumme Kombi, Alter. Wie... Wie soll man das countern? Das kannst du nicht countern. Das ist ja das Traurige. Ich hab keinen Plan, was Rotom macht. Ich hab keinen Plan, was Rotom macht. Lol, warum macht Flamme auch so viel Damage? Ich weiß auch nicht. Was macht Rotom? Ah, lol! Das hat dich einfach elektrisiert. Halt's auf. Ach, Mann. Das ist halt super sad. Ich hasse das. Sick. Okay. Present. Steht 1-0, ne? Du weißt Bescheid. Ja, ich weiß. Der Druckmix wird immer größer, Mann. Ich hasse einfach diese Kombination. Der kannst du immer nicht entgehen. Das ist halt das, was mich so ein bisschen nervt. Okay, jetzt hab ich dich. Okay, du hast mich erwischt, ja. Ist okay. Okay, immerhin etwas. Aber ich liebe den Mega Lucario. Das ist so cool. Das ist echt cool, ja. Gefäll' mir. Mach zum Glück gar nichts. Ja, das macht echt nicht so viel Schaden. Das ist okay. Ja, das ist total okay. Ah, jetzt bist du auch in einem Limit. So. Ja, ja, ich hab Protect and Safe. Safe? Ja, Safe. Okay. Okay. Das wird jetzt interessant. Oh. Wird das hier? Ja, nice. Ja, okay. Das war super bad gespielt von mir. Ich weiß. Ah, haben wir noch ne Runde. Okay. Wir stehen jetzt 1-1. Jetzt das Match entscheidet alles, Mann. Okay. Okay, das wird spannend. Das wird spannend, Mann. Okay, wir sind jetzt beide konzentriert. So. Es ist ja richtig ruhig, der Junge, Mann. Ich bin richtig konzentriert gerade. Ja, ich weiß. Oh nein, das ist richtig blöd gelaufen. Das ist sehr, sehr blöd gelaufen. Okay. Nein, ich hasse dich. Nein. Ich hasse dich so sehr, Alter. Okay. Okay. Okay, nice. Das ist gerade... Okay, das ist okay. Oh Gott. Okay. Ich hab mein Limit eingesetzt. Perfekt. Hey, warte. Also es ist trotzdem noch durchkommt. Nein. Ah, nein. Kommt's nicht. Nein. Du hast dich protected, oder? Nein, hab ich nicht. Doch, hast du. Okay. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Wow. Okay. Ja, ich hab verloren, oder? Nein. Hast du nicht. Hast du das noch nicht? Nein. Das killt, oder? Nee, das killt nicht. Okay, lass das killen, das killt nicht. Oh Gott. Es killt nicht, nein. Ja. Als ob mein Limit... Als ob du das noch schielen konntest. Alter. Das war ein gutes Spiel, aber das war intens. Das war richtig intens. Das war echt ein schönes Match. Puh. Okay, Leute. Auf Braz'n Kanal haben wir auch noch ein Pumotek-Part aufgenommen. Deswegen schaut aber auf jeden Fall vorbei. Ja. Ich kann gerade nichts mehr sagen. Das war so intens, Mann. Alter, mein Herz. Das war wirklich krass. Puh. Okay, GG. GG. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt einen positiven Wert unter. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und... Tschüss. Tschüss. Tschüss.